Guten Tag, mein Name ist Jens Wollenthin und ich habe mich dem Beruf des Glases verschrieben und führe seit 2004 als Glasermeister diesen Handwerksbetrieb. Glas hatte für mich schon immer eine besondere Faszination. So ist es nicht verwunderlich, dass wir auch die außergewöhnlichsten Kundenwünsche in Glas umsetzen, wie zum Beispiel Bleiverglasung, Spiegel, Duschkabinen und vieles mehr. Darüber hinaus entwickeln wir, passend zu der Einrichtung des Kunden, die verschiedensten Accessoires wie Glasmöbel, Treppengeländerverglasung und auch Glasdächer. Natürlich erfüllen wir auch die einfachsten Reparaturen schnell und kostengünstig, wie Glasbruch einer Fensterscheibe oder der Wunsch nach einer neuen Glastischplatte. Mein Ziel und das meiner Mitarbeiter ist, durch Qualität und Preis Sie als Kunden zu gewinnen und dass Sie unsere Leistung weiterempfehlen. Und für Leistung und Qualität garantiere ich Ihnen mit meinem Namen.